Ich brauche mich in fünf Jahren auf Tue und der war jetzt richtig gut. Ja, ihr wisst ja, singen kann er nicht so richtig, aber lustig ist er. Eine gute Frisur hat er. Nee, der Michi ist schon ein Hund am Mikrofon, also im übertragenen Sinne. Uff, uff. Nee, ich finde, du machst das wirklich, du machst das, ganz ehrlich, das war scheiße bei der Seite, du machst das wirklich gut. Gestern, schon ein paar Mal bei Patienten hast du gesagt, dass ich der Grund war, dass du angefangen hast zu singen. Ja, das kann man so sagen. Aber du bist der Grund, dass ich wieder angefangen habe, live zu singen. Hüç, Hüç, Hüç... HELL! 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 Dann hab ich ... ja... also ich würde mal sagen ... im Sinne von ungefähr 2,8 Millionen Heavy Metal Fans auf diesem Planeten gehandelt. Michael! Das macht sehr viel Spaß mit dir auf der Bühne zu stehen Und wenn wir schon mal zusammen auf der Bühne stehen denke ich Das ist ein... Das steht mir auf der Liste, tippe auf. Sag's nicht, verrat's nicht. Wir hatten eben Stargave. Er müsste jetzt kommen. Shelter from the Rays.